wir haben jetzt mal eine andere location gesucht hier es war alles total zerfallen aber alter guckt euch das doch mal an ist ja ein wahnsinn irgendein bunker oder so was soll das ja angeblich gewesen sein wahnsinn spaltmaus ist so groß alter verwalter also wir hatten ja vorhin wo wir angekommen sind hatten wir so ein insider tipp gekriegt von so wir wissen nicht ganz genau männer dabei bleiben keine ahnung und da hieß es das soll irgendwo im bunker hier noch in der nähe sein soll nicht weit weg sein und hier soll noch eine flak sein beziehungsweise man sieht dass die flak hier standen könnte das denn ein flak halter gewesen sein aber jetzt mal ganz ehrlich warum soll ich hier eine flak stehen hier ist weit und breit nur wald aber jetzt auch recht tief spaltmaße runter ist schon hardcore aber wenn ihr jetzt mal kurz rüber geklettert habe ich jetzt mal nicht mitgenommen zum klettern als hätte sehr gewackelt aber wir haben hier noch was anderes gefunden noch mal so ein halter jetzt noch über den steil hoch aber komplett ich weiß nicht ob ihr das erkennen könnt oder scheiß so könnt ihr euch das mal vorstellen also der telefon ist gerade und so ist das ding hier total schief das wahnsinn hier ist ein schützentum ich bin mir jetzt wackelt ich muss ab und zu mal gucken wie krelofe da jetzt einfach mal hin beziehungsweise mitten in der waffe raus und die ganzen anbauteile geht ja mal wie stark die sind wie fett wahnsinn alles sind schön drin komplett aber in der natur holt sich halt alles zurück ne ist schon wahnsinn jetzt mal ganz kurz so kleiner sneak guckt euch das an der geht komplett mit beton komplett voll bis nach unten das ist alles hier abgesackt die baumeister von früher waren alle noch nicht so gut alter geht euch das an geht euch das an echt mal zu machen gar nicht mehr zu sagen Das sieht nicht ganz so interessant aus, das sieht aus wie ein ehemaliger Knast. Das ist jetzt ein anderes Ruckstück hier, was das hier ist, auf jeden Fall ist das baugleich. Das ist ja definitiv. Das sieht aus wie ein Kudelschacht. Das sieht aus wie ein Kudelschacht, das sieht aus wie ein Kudelschacht. Ach du Scheiße, geht hier richtig runter. Wir haben Häuser gefunden, die sind unter der Erde. Warum auch immer. Alter Schwede. Das ist ja viel, auf jeden Fall, also vier Stück. Hier ist die mit Treppen ein, Jan. Das ist ja viel, das ist ja viel, das ist ja viel, das ist ja viel. Nö. Ist das schon wieder Ende? Von den oben sagen die jetzt irgendwie eine Warnspunde. Wie schon. So. Geht das?